Hallo ihr Lieben, Jan Lulay von Lulay Music hier für euch. Heute sommerlich, weil wir haben muggelige 30 Grad draußen und nichtsdestotrotz habe ich einen relativ flotten Boogie Woogie für euch, zu dem mich Mietlachs Louis Honky Tonk Train inspiriert hat. Mein Stück heißt einfach Bimmelbahn Boogie und ja, wenn es euch gefällt und vielleicht interessiert, wie ich das eine oder andere gespielt habe, dann schreibt mir das in die Kommentare und vielleicht mache ich dann auch noch ein Erklärvideo dazu. Ja, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, schaltet die Benachrichtigungen ein und wir sehen uns. Jetzt geht's los. Ja, wir sehen uns. 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 Ja, wir sehen uns.